Es ist ein bisschen größer hier. Ich glaube, die Abstände sind ein bisschen größer, gell? Ja. Die engen Abstände sind sehr typisch für die Referenz. Ja, aber hier ist es gut. Es ist schön. Es hört sich sehr gut an. Die engen Abstände sind sehr typisch für die Referenz. Die engen Abstände sind sehr typisch für die Referenz. Die engen Abstände sind sehr typisch für die Referenz. Die engen Abstände sind sehr typisch für die Referenz. Untertitelung des ZDF, 2020